Elektromagnetische Störungen sind in allem, was uns umgibt, vorhanden. Alle elektronischen Geräte verursachen eine zunehmende Menge von elektromagnetischen Störungen und sind dafür empfänglich. Jedoch müssen die elektrischen Komponenten innerhalb des Geräts existieren können, ohne sich gegenseitig zu beeinträchtigen. Hier kommt die EMV-Abschirmung zu Ihrem Recht. Bei MECO-Print profitieren Sie von 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von kundenspezifischen EMV-Lösungen. Lösungen, die von weltweit führenden Unternehmen in einer Reihe von anspruchsvollen Branchen wie Medizin, Telekommunikation und Elektronik eingesetzt werden. Unsere Philosophie beruht sich auf das Mindset Creating Together. Das bedeutet, dass unsere Ingenieure mit Ihnen zusammen intensiv daran arbeiten, hohe Qualität und Effizienz in Ihrem Produkt zu sichern. Das Ergebnis ist eine individuelle EMV-Lösung, die Ihren Bedürfnissen und Anforderungen entspricht. Unsere Fertigungstechnologien umfassen unter anderem Stanzen im Folgeverbund als auch die ETS-Technik kombiniert mit Biegen. Durch unsere vielen unterschiedlichen Produktionstechnologien können wir Ihnen schnelle Prototypen und eine einfache Umstellung auf die Großserienproduktion anbieten. Außerdem können wir einfache Designs in hohen Stückzahlen und komplexere Designs in kleineren Stückzahlen herstellen. Um sicherzustellen, dass Ihre Produkte einfach in Ihre Produktion eingesetzt werden können, werden die Abschirmungen für eine einfache Handhabung geliefert, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Zum Beispiel Lieferung in Bulk, Trays, ESD-sicherer Verpackung oder in Tape & Reel für die automatische Montage auf der Leiterplatte. Wir stellen Ihnen ein Team von engagierten Ansprechpartnern zur Verfügung, die Sie, Ihr Geschäft und Ihren Markt kennen. Dabei behalten wir Ihr Projekt, Ihre Kosten und Ihre Produktionsmöglichkeiten im Blick. Unser Ziel ist klar, für Sie und mit Ihnen zu arbeiten, indem wir gemeinsam schaffen.